da bin ich wieder und zwar hier euer krankes to und ja gestern war ich halt noch mal auf dem alexanderplatz unterwegs im saton im mediamarkt habt ihr einige sachen angeschaut und einige einkäufe und so gemacht bin halt rumgebummelt auf dem alexanderplatz da war da ist zurzeit ein großes festival aber was genau weiß ich jetzt nicht man das immer irgendwas los auf alexanderplatz und dann war ich noch abends im club in so einem heavy metal club lascabedral heißt er und ist ein zähne club in berlin in der nähe von luisenplatz video folgt noch von dem club ja ich bin zurzeit wie gesagt in berlin unterwegs und werde versuchen beziehungsweise denn nach hinein also die videos sind halt bisschen älter weil ich die zu hause denn wenn ich zu hause wieder bin die halt online stellen werde 33 jährigen ist bewusst dass die lückenlose überwachen die andere dann die alte wunderstehende sind nie Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018